Du bist vermutlich überzeugt davon, dein oder deine Ex und du ihr zwei kehrt zusammen. Deswegen erfährst du in diesem Video meine 8 besten Tipps, wie du deinen oder deine Ex zurückgewinnen und die Trennung rückgängig machen kannst. Inklusive Strategien, die wir bei Szenario 2 in dieser Art und Weise auf diesem Kanal noch nicht veröffentlicht haben. Also bleib unbedingt bis zum Ende dran, um die Crème de la Crème in jener Techniken zu erfahren, die bei Coaching-Klienten bei Szenario 2 wieder und wieder funktioniert und super Resultate gebracht haben. Ich bin Dr. Stefan Kraft, Gründer und Experte bei Szenario 2 und falls du zum ersten Mal hier bist, dann darf ich dich auch ganz herzlich auf diesem Kanal begrüßen. Du findest hier alles, was du brauchst, um eine Trennung rückgängig zu machen oder eine kaputte Beziehung zu reparieren. Also starten wir am besten gleich los mit Tipp Nummer 1, Vertrau auf die wirkungsvollste Ex-Zurück-Technik. Ich beginne da am besten gleich mal mit dem Grundlegendsten und dem Allerwichtigsten. Viele Menschen sind nach einer Trennung verzweifelt, das eigene Herz blutet und man will so schnell wie möglich alles richten und wieder zurück in die Beziehung. Aber alles, was du nach einer Trennung schreibst, was du sagst, um einen Ex vielleicht noch zu überreden, dass du noch eine zweite Chance bekommst, das wird in der Regel nicht dazu führen, dass der Ex dich zurücknimmt. Schlimmer noch, sehr oft schildern uns auch Klienten im Coaching, dass nach der Trennung der Kontakt mit dem Ex eh ganz gut funktioniert hat und dann haben sie sich gedacht, easy, wir sind schon wieder auf dem guten Weg. Was sie da aber gespürt haben zwischen sich und dem Ex, war die sogenannte Trennungsintimität. Denn durch die Trennung ist auf einmal alles weg, was auch zur Trennung geführt hat, alle Probleme, alle Krisen. Und dann haben die so recht fröhlich mit dem Ex weiterhin geschrieben, haben geglaubt, dass alles eh schon wieder in Richtung Beziehung geht und irgendwann hat der Ex dann als Heitere im Himmel gesagt, du, ich brauche jetzt wirklich meinen Abstand, ich mag nicht mehr mit dir schreiben. Und das ist dann gewissermaßen wie so eine Art zweite Knackwatschen, die man kriegt und das fühlt sich meistens dann sogar noch viel, viel schlimmer an als diese erste Trennung. Das heißt, der erste Ex-Zurück-Tipp ist und muss vor allem die Kontaktsperre sein. Und vielleicht wirst du jetzt denken, oh, Kontaktsperre! Und ich kann das sehr gut verstehen, dass dir das vielleicht ein bisschen spanisch vorkommt, gerade eben das zu tun, was du ja nicht willst, nämlich dich gefühlt vom Ex noch weiter weg zu bewegen. Aber wir bei Szenario 2 machen das schon eine Zeitl. Und wir haben schon tausende Menschen durch Blogartikel, Videos, Kurse und Coachings unterstützt, um mit dem Ex wieder zusammenzukommen. Und eins kann ich da sagen, ohne Kontaktsperre ist es fast nie gegangen. Also long story short, der vielleicht wichtigste Ex-Zurück-Tipp ist es, in eine Kontaktsperre nach der Trennung zu gehen und einfach mal nicht mehr zu schreiben, nicht mehr anzurufen und vor allem nicht mehr, um eine zweite Chance zu betteln. Das heißt, Kontaktsperre heißt wirklich Kontaktsperre. Also kein Schreiben, keine E-Mails, keine Briefe, kein Liken auf Social Media und auch nicht irgendwo zufällig begegnen. Kontaktsperre ist also der wichtigste Schritt, denn sie ist gewissermaßen das Fundament, damit alles weitere, jede weitere Ex-Zurück-Technik auch wirklich funktionieren kann. Denn du würdest ja dein Haus vermutlich auch nicht irgendwie auf einem wackeligen Fundament bauen wollen, das dann schon beim ersten kleinen Sturm wieder in sich zusammenfällt, oder? Und damit gleich weiter zu Tipp Nummer 2, nämlich schätze deine Chancen realistisch ein. Schau, man kann nicht jede Trennung rückgängig machen. Das ist leider so. Manche Trennungsgründe, die sind unumkehrbar und es ist nicht möglich, dass man die aus der Welt räumt. Ich weiß, das ist ein bisschen eine Chance, aber es ist die Wahrheit. Aber dennoch, man kann sehr, sehr viele Beziehungen retten. Und sehr, sehr viele Beziehungen haben auch eine zweite Chance verdient. Und da sollte man es auch auf alle Fälle versuchen. Aber es gibt auch Fälle, wo man von Anfang an sagen kann, das wird nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Deswegen, wie kannst du rausfinden, ob du überhaupt deinen oder deine Ex zurückgewinnen kannst? Zum einen natürlich mal, wenn ihr Positionen habt, die so wirklich auseinander gehen, also die einfach nicht vereinbar sind, wo ihr nicht auf einen grünen Zweig kommen könnt, dann ist es in der Regel sehr schwer bis unmöglich, den Ex wieder zurückzugewinnen. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich auch, unseren Ex zurück Chancentest zu machen. Ich blende dir den Link zum Test mal da oben ein und natürlich gebe ich dir den Link auch noch in die Description unter dem Video. Der Test funktioniert relativ einfach. Du beantwortest da ein paar Fragen zu deiner Situation und auf Basis deiner Antworten bekommst du dann eine erste Einschätzung, ob du nach Hoffnung besteht und du einen Ex zurückgewinnen kannst oder ob das vielleicht nicht mehr so gut möglich ist. Also klick dich am besten gleich rüber zum Test. Dauert nur 5 Minuten, ist auch komplett kostenlos und du hast nachher eine viel bessere Idee, wie bei dir und in deiner speziellen Situation die Chancen stehen auf eine zweite Beziehung mit dem Ex. Damit gleich weiter zum nächsten Tipp. Halt dich an die Ex-Zurück-Strategie. Ähnlich wie die Kontaktsperre gewissermaßen das Fundament eines Hauses ist, so entspricht die Strategie den Wänden. Wenn man die Wände zu dünn baut oder überhaupt nur die Hälfte aller Wände baut, dann wird man vermutlich nicht bis zum Dach kommen. Und auch wenn die eigene Situation am ersten Blick komplett anders und speziell und individuell ausschaut, die globalen Schritte, die sind immer die gleichen. Das heißt, nach der Trennung kommt man in die Kontaktsperre und nicht schon irgendwie wieder miteinander schreiben. Sonst passiert eben genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass man anfangs denkt, ja super, wir schreiben schon wieder und wir sind schon wieder auf einem guten Weg und dann irgendwann will der Ex erst recht keinen Kontakt mehr mit dir haben. Und nach der Kontaktsperre kommt auch nicht gleich Treffen und nicht gleich wieder Beziehung, sondern erstmal ein vorsichtiger Kontakt. Und den Kontakt, den man dann Schritt für Schritt aufbaut, ausbaut und sozusagen weiterführt, sodass sich dann wieder romantische Gefühle entwickeln können. Mehr dazu erfährst du auch in Tipp Nummer 6 in diesem Video. Und eben erst dann, wenn Gefühle da sind, wenn der Kontakt da ist, erst dann geht es weiter zum Treffen und erst dann geht es weiter in Richtung Beziehung. Es ist also wie bei einem Haus. Abkürzungen, die gehen vielleicht kurzfristig gut, aber langfristig steht man dann erst wieder vor den Trümmern, wenn ein bisschen ein Sturm aufzieht. Extra-Rück-Tipp Nummer 4 ist es, die Trennungsgründe herauszufinden. Schau dir also mal die Beziehung an und krieg mal klar für dich, was da genau schiefgelaufen ist und ob wann die Beziehung vielleicht diesen Weg in Richtung Krise und in Richtung Trennung genommen hat. Ich möchte euch jetzt eine kurze Liste geben, warum Beziehungen scheitern. Also sehr oft ist es schlechte Kommunikation, oft auch keine Gefühle mehr miteinander. Sehr oft auch, dass alles irgendwie zur Routine wird und die Beziehung im Alltag gefangen ist. Oder dass man den Partner oder die Partnerin als selbstverständlich annimmt, dass Affären passieren oder dass die Beziehung als Ganze oder auch die beiden Partner in der Beziehung nicht wachsen können. Wichtig ist da, der Ex tut da oft ein bisschen schwindeln und wird dir nicht direkt sagen, was jetzt genau der Trennungsgrund war oder wird vielleicht auch nur vage Andeutungen machen. Deswegen mach dich durchaus auch selbst ein bisschen auf die Suche, fang an da ein bisschen zu graben und die Trennungsgründe herauszufinden. Aus unserer Erfahrung bei Szenario 2 sind die Trennungsgründe zu über 50 Prozent entweder, dass es keine Gefühle mehr gegeben hat oder dass mit der Kommunikation irgendwas nicht so gut gelaufen ist. Und dann, wenn du herausgefunden hast, was da nicht so gut funktioniert hat, was die Trennungsgründe sind, dann können wir uns daran machen, das wieder zu reparieren und herzurichten. Und diesbezüglich findest du auf diesem YouTube-Kanal von Szenario 2 unendlich viel Material, wie das dann genau geht und wie das funktioniert. Wenn du es also noch nicht gemacht hast, dann lass mir da auch gern ein Abo da, dann wissen wir bei Szenario 2 auch, dass dir unser Content gefällt und weiterhilft. Und damit stürzen wir uns gleich zu Ex-Zurück-Tipp Nummer 5. Nutze den Wow-Faktor. Die Idee dahinter ist relativ simpel. Du zeigst deinem oder deiner Ex, was er oder sie verpasst, weil ihr ja jetzt getrennt seid. Wenn ich es da ein bisschen plakativ ausdrücke, der Ex kennt das, was war und kennt dich und kennt, wie du in der Beziehung warst und das hat nicht funktioniert. Und das, was nicht funktioniert hat, das mag man nicht wieder zurückhaben. Genauso wie wenn du ein kaputtes Handy zur Reparatur bringst und dann das gleiche kaputte Handy am Schluss wieder zurückbekommst. Da wirst du dann auch sagen, nein, das will ich nicht. Ich will ein repariertes Handy, was besser funktioniert und wo nicht wirklich wieder die gleichen alten Sachen kaputt gehen. Und genau oder relativ genauso ist es nach einer Trennung eben auch. Und auch da will der Ex nicht das Gleiche haben, was schon mal war und was nicht funktioniert hat. Weil das war für den Ex ein bisschen kaputt und das gleiche kaputte, das braucht man nicht. Was der Ex will, ist, dass es beim zweiten Mal besser wird. Und das geht zur einen Hälfte natürlich mit den Trennungsgründen und zur anderen Hälfte, indem du jene Version wirst, in die sich der Ex wieder verlieben kann. Beziehungsweise, wo sich der Ex dann denkt, wow, da hat sie einiges getan bei dir. Und das heißt, krieg da mal klar für dich, was sind so deine Visionen? Was macht dich glücklich? Welche Menschen sind dir wichtig? Und wie kannst du am besten zu dir selbst finden? Und dann geh das alles mal an. Ein Sprichwort lautet da, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und da auch meine Empfehlung, geh diesen ersten Schritt am besten jetzt gleich. Und dann natürlich, zeig auch diese Veränderung auf Social Media, wenn du zum Beispiel in der Kontaktsprache bist, aber natürlich auch im weiteren Prozess. Beziehungsweise lass diese Veränderung immer auch wieder in eure Chats und Gespräche einfließen, wenn ihr schon wieder Kontakt habt. So merkt der Ex, was mit dir möglich ist und was er oder sie vielleicht verpasst. Und der Ex genau triggert dann die sogenannte Fear of Missing Out oder FOMO, wie man das oft auch so schön nennt. Und genau das führt dann dazu, dass der Ex dich wieder zu vermissen beginnt, dass da wieder Sehnsucht aufkommt im Ex und dass der Ex vielleicht auch von sich aus beginnt, sich bei dir wieder aktiv zu melden und mit dir wieder Zeit verbringen möchte. Und damit starten wir gleich weiter zum nächsten Tipp, nämlich nutze die emotionale Eskalation. Der Kontakt nach der Kontaktsperre sollte ja zunächst mal sachlich zwischen euch sein. Das wird dir jetzt vielleicht ein bisschen überraschen, insbesondere, wenn du auch schon ein wenig im Internet recherchiert und gelesen hast und du da vielleicht so Dinge mitgekriegt hast, dass es Leute und Coaches gibt, die dann sagen, schreib diese eine Nachricht oder schreib diesen einen Brief. Dann kommt der Ex fix zurück. Wenn du sowas hörst, dann ist meine Empfehlung, bitte mach das nicht und vertraue nicht auf sowas. Wir haben wirklich in einer beeindruckenden Regelmäßigkeit Menschen bei uns bei Szenario 2 im Coaching-Programm, die genau das geglaubt und ausprobiert haben und damit sehr, sehr viel Schaden angerichtet haben, weil sich der Ex überhaupt nicht auskennt hat, was so eine Nachricht oder was so ein Brief jetzt überhaupt soll. Und meistens kommen die dann zu uns ins Ex-Zurück-Coaching, um diesen angerichteten Schaden wieder zu reparieren und um das Ruder wieder rumzureißen. Deswegen mach es bitte besser und vertraue auf praxiserprobte Strategien, die du hier bei uns bei Szenario 2 findest. Denn all das, was ich dir hier sage und was Lena dir sagt, was wir am Blog schreiben, all das hat sich im Coaching tausendfach bewährt. Weil sonst würdest du es da bei uns nicht finden. Und eben eine dieser Strategien ist die emotionale Eskalation. Das heißt, der Kontakt mit dem Ex beginnt nach der Kontaktsperre mal sachlich, sei dezent und unverfänglich und wird dann mit der Zeit immer emotionaler, persönlicher und intimer. Und jetzt sagen dann natürlich auch viele Leute im Coaching, naja, aber von solchen Nachrichten allein komme ich ja nicht wieder zurück in die Beziehung, oder? Ich will ja schließlich nicht nur über Rezepte oder Alltägliches oder sowas sprechen, sondern ich will ja wieder über Beziehung sprechen, über das Heiraten sprechen, über das Gemeinsamsein sprechen. Und ja klar, aber denk mal so, wenn der Ex nicht mal mit dir über Rezepte oder über alltägliche, sachliche Themen reden kann, dann wird er oder sie fix nicht mit dir wieder in eine Beziehung kommen wollen und mit dir über Beziehung oder Heiraten oder das Zusammensein reden wollen. Das heißt also für dich ganz konkret, am Anfang, nach der Kontaktsperre, bleib mal bei sachlichen Themen. Was da immer super funktioniert, sind Fragen wie, hey du, wie geht denn dies oder jenes? Oder wie geht dies und jenes Rezept? Oder auch, wenn du noch irgendwas suchst und der Ex dir dabei weiterhelfen kann. Mehr Themen, worüber du genau mit dem Ex schreiben kannst und natürlich auch Beispiele und Ideen, das verrate ich dir in diesem Video oben da. Da schauen wir uns dann ganz genau an, welche Nachrichten da eigentlich immer super gut funktionieren und wie du die für dich verwenden kannst. Und wenn eben du dann diesen ersten sachlichen Kontakt hergestellt hast, dann wend unsere Techniken und Strategien an, zum Beispiel jene, die du in Ex zurück mit SMS lernst, über die Harmonizer, Intensifier und du diesen Kontakt zwischen euch immer weiter intensivieren, persönlicher werden zu lassen, sodass du eben zwischen euch wieder romantische Gefühle auslösen kannst. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 7. Orientiere dich an deinem oder deiner Ex. Schau, dein oder deine Ex wird vermutlich wissen, dass du mit der Trennung nicht so ganz fröhlich warst. Und grundsätzlich weiß der Ex auch nicht, dass du eine Ex-Zurück-Strategie anwendest. Deswegen ist das Tempo, mit dem du vorangehst, immer so ein bisschen ein Balanceakt. Du wirst natürlich am Anfang sofort wieder eine Beziehung, völlig klar. Und der Ex, naja, dann nicht so ganz. Das heißt, wenn die Strategie sagt, jetzt wäre mal die und jene Nachricht dran, dann überlege aber auch immer, ob der Ex bis dahin mitgegangen ist mit der Strategie. Weißt du, du kannst durch diese Ex-Zurück-Strategie und die einzelnen Schritte natürlich auch durchhetzen, wir geben ja auch aus diesem Grund relativ wenig Zeitangaben vor, abgesehen von der Kontaktsperre. Einfach, weil Zeitangaben sehr, sehr spezifisch sind und auch individuell abhängig von der jeweiligen Situation. Und wenn wir Zeitangaben geben, dann natürlich auch nur so Daumen mal Pi, weil alles andere wäre unseriös, wenn wir sagen, nach drei Tagen musst du das machen und das wird dann fix funktionieren. Und da sind wir wieder bei der Strategie. Die Schritte, die sind natürlich immer die gleichen. Aber wie lange du bei den einzelnen Schritten und Phasen bleibst, wie du das dann genau aufteilst, das hängt maßgeblich vom Ex ab und wie der Ex motiviert ist, da diese Schritte mit dir mitzugehen. Und so kann es genauso sein, dass du da relativ flott durchkommst und zum nächsten Schritt, zum Beispiel zu den Harmonisern, vorangehen kannst, aber genauso kann es sein, dass du manchmal ein bisschen länger auf der jeweiligen Stufe bleiben musst. Und auch wichtig, wenn du merkst, dass der Ex gefühlt schon weiter ist, dann musst auch du da natürlich mitgehen. Viele tun das nämlich nicht und sind gerade am Anfang viel zu passiv und warten ewig lang, obwohl der Ex eigentlich schon weiter wäre. Krieg also auch mal klar für dich, wo steht dein oder deine Ex gerade? Wie ist es gerade zwischen euch? Ist es da immer noch so oder geht es eigentlich schon viel besser? Und dabei kann natürlich auch ein irres Entwicklungspotenzial liegen für deine eigene Wahrnehmungs- und Empathiefähigkeit. Und das ist auch was, was eine künftige Beziehung mit dem Ex viel, viel harmonischer machen kann. Und dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, zum letzten Tipp, nämlich sei geduldig und hab Vertrauen in die Strategie. Schau, den oder die Ex zurückzugewinnen, das ist in der Regel nichts, was immer super easy und einfach geht. Es wird Zeiten geben, wo es mal vielleicht ein bisschen bergab geht. Und dann kommen aber auch wieder Zeiten, wo es bergauf geht und extrem mühselig ist. Wenn du die Ex-Zurück-Strategie von Szenario 2 umsetzt und anwendest, insbesondere wenn du auch die Tipps aus diesem Video anwendest, dann schaffst du damit eine tragfähige Situation zwischen dir und dem Ex. Aber auch, wenn der Ex mal nicht zurückschreibt und vielleicht auch, wenn du mal ein bisschen zu viel geschrieben hast oder dem Ex ein bisschen nachgelaufen bist, dann mach dich deswegen selber nicht fertig. Der Ex, der hält das aus und wird dich deswegen nicht sofort verschmähen. Und auch die Strategie hält das aus und die verzeiht auch den ein oder anderen Fehler. Aber natürlich nicht, wenn du ständig Fehler machst. Wenn du dir also bei all diesen Schritten, insbesondere was du wann tun musst, um den Ex wieder zurückzugewinnen, wenn du dir da noch nicht so ganz sicher bist und vielleicht auch noch ein bisschen am Anfang stehst, dann hol dir unbedingt meinen Ex-Zurück-Crash-Kurs, da oben. Beim Crash-Kurs waren schon über 5000 Menschen dabei. Der ist komplett kostenlos und da zeige ich dir in sieben Videos komprimiert das Wichtigste darüber, wie du den Ex wieder zurück in dein Leben ziehen kannst. Da schauen wir uns zum Beispiel an, warum die Trennung passiert ist, wie du den idealen Zeitpunkt finden kannst, um den Ex anzuschreiben, wie du dem Ex jene Nachrichten schickst, die euch wirklich wieder zusammenbringen und natürlich auch den Final Step, der dich dann wieder zurück in die Beziehung mit dem Ex bringt. Den Link zum Crash-Kurs findest du eben jetzt nochmal unter mir. Wenn du noch nicht dabei warst, würde es mich freuen, wenn ich dich gleich dort begrüßen dürfte. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gerne auch den Kanal abonnieren und ein Like da lassen. Und wenn du schon beim Ex-Zurück-Crash-Kurs dabei warst, dann schau dir unbedingt auch noch das Video hier neben mir an. Da zeige ich dir 11 Wege, wie du vermissen beim Ex wecken kannst. Dann tschüss, baba von mir und alles Liebe. Dann tschüss, baba von mir.